Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Roadtags Simulator 2 Multiflayer. Hier sehen wir im Bild den Flex. Doch, wir sind immer noch unterwegs, beziehungsweise haben uns jetzt endlich letzte Folge einen Aufleger abgeholt. Ich fahre jetzt nach Dänemark und der Flex dann weiter nach Norwegen. Vielleicht finde ich auch dahin noch eine Tour, dass wir jetzt zusammen fahren können, würde ich mal so hoffen. Vorschlagen, hoffen, wie auch immer, dass wir so weit haben, ja, würde ich sagen, dann habe ich so mein Weg. Ich habe 710 Kilometer vor mir und dann von da aus noch nach Norwegen. Lass knacken. Musst du links runter? Ich muss zu dir, in der andere Richtung. Sehr gut, sehr gut. So, auf geht's mit Gebrüll. So, müssen wir das Navi mal wieder umstellen. Ja, ist ja ein bisschen kurios, was da in letzter Folge passiert ist mit dem Aufleger. Na, ganz ehrlich, ist das was Neues? So extrem, ja. Bei mir leider nicht. Dass mal ein Aufleger da, oh, dass mal ein Aufleger da irgendwie falsch gespawnt ist oder so, ja, das ist ja noch fast normal. Aber da haben ja, 5 oder 6 haben da ja gelegen und sonst sind die ja auch im Boden immer mal so gebackt. Und meiner, der lag ja richtig auf der Bahn oder an der Bahnschiene. Also komplett runter vom Grundstück? Ja, das habe ich aber auch schon gesehen. Okay. So neu ist, fand ich das jetzt nicht. Aber halt echt nervig und schade um das Geld. Ist es auch. Schön Kohle verloren. Jo. Mal wieder. Haben wir ja lange nicht gehabt. Nee. War 2, 3 Folgen? Ja, so ungefähr 4. War 4 sogar. Das müsste das gewesen sein. So, on the road again. Oh ja, Dachchen. So, in 84 und Tempo mal. Klingt nach dem Plan, ne? Jo. Jetzt lassen wir es laufen. Genau, ich glaube, ich habe zwei oder drei Seewege vor mir, wenn ich nach Norwegen fahre. Oh, das war cool. Irgendwie sowas. Passt noch genug Diesel im Tank. Ja, Moment ist voll. Ist gut. Fast voll, halb voll. Sollte aber funktionieren, auf jeden Fall. Ja, ich habe auch noch mal 1095 Liter. Na, dann geht's doch. Ach. Das ist doch nicht wild. Endlich mal wieder bei Tag fahren. Ja, lang ist es her, ne? Lang ist es her. Ein bisschen, ja. Das ist alles genial. Ja, der war auch schon in der Nacht bei den vier. Achso, habe ich letzte Folge gar nicht erwähnt. Ähm, die Leute, die den Sven so ein bisschen vermisst haben, wo der war oder wo der ist. Der Sven, der war leider verhindert. Der könnte jetzt nicht weiter mal mit aufnehmen. Er wird aber wiederkommen. Das ist versprochen, hat er auch schon gesagt. Der hat da Bock drauf. Das hat ihm Spaß gemacht letztes Mal. Und würde gerne wieder mitmachen. Nur heute ist er leider verhindert. Da hat er andere Verpflichtungen. Deswegen ist er jetzt auch letzte Folge schon nicht mit dabei gewesen. Und er wird auch die nächsten zwei Folgen auch nicht mit dabei sein. Aber passiert. Es ist halt nur ein Hobby und kein Hauptberuf. Dazu haben wir ja andere Berufe. Von daher nicht lebensnotwendig. Aber immer wieder schön, wenn noch andere Leute oder andere Fahrer mit dabei sind. Ey, ich würde ja echt gerne mal mit so, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, acht, neun Leuten fahren. Im Konvoi? Ja, bestimmt auch mal. Ja, das wird chaotisch. Ein bisschen schönen kleinen Konvoi. Wird auf jeden Fall chaotisch, ja. Erst allein wegen Auftrag kriegen, ne? Ja, das nicht unbedingt. Aber so viele Leute im TS zu haben, das wird dann doch echt heftig mit einem Quatschen. Ja, gut, das stimmt auch, ja. Das haben wir damals, wie gesagt, im Konvoi gehabt, wo wir diesen riesen Konvoi gemacht haben. Mhm. Und da waren dann tatsächlich sechs, sieben Leute im TS gewesen. Und das war so chaotisch gewesen nachher. Ja, das ist dann für die Aufnahme nicht schön, ne? Ja, nee, das nicht. Aber du hast nicht mehr gewusst, bei welchem Thema du gerade bist. Ja, gut, das ist halt einfach da drunter und drüber. Und ja. Ich habe ja immer wieder mal so Lecks zwischen, was soll denn der Scheiß? Ja, ja, ich auch. Also, nur kleine Leggis. Solange ich dann nicht auf einmal hinter dir stehe, ist ja okay, ne? Ja, dann halt lieber ein bisschen mehr Sicherheitsabstand, dann passt das schon. Ah, hier 70. Ich riskier's kaum. Wir fahren einfach mal. Wir haben noch eine weite Strecke vor uns. Und die wollen wir ja auch schaffen, ne? Ich habe erst mal bei 81 reingemacht. Die sind nur ein bisschen Abstand zu dir, Gewinner. Macht ja nichts. Nö, so würde ich sagen. Drei Lkw-Längen sind's. Dann ist das hier eigentlich schon fast okay. Das ist Pust. Wie schnell fahren denn die Zuschauer? Das könnt ihr mal ins Kommentar reinschreiben. Wie schnell fahrt ihr denn immer so im Schnitt? Macht ihr das genauso wie ihr? Fahrt ihr auch immer so etwas drüber? Oder so wie jetzt? Einfach so freiner Schnauze? Oder das, was der Lkw hergibt? Oder schreibt's mal ins Kommentar. Das täte mich mal interessieren, wie ihr so fahrt. Oder ob ihr das genauso ernst nehmt, wie die Polizei, sag ich mal. Dass ihr wirklich Strick fahrt. So wie jetzt hier. Hier ist der 70. Dass ihr sagt, wir fahren auch Strick 70 und so weiter. Das ist mal interessant zu erfahren, wie andere Leute fahren. Ja, ich denke mal, wird von allem etwas dabei sein. Nun, da geh ich mal von aus, ja. Ganz stark. So, nächstes müssen wir links runter, ne? Ich fahr die hinterher. Nein! So, ich bremse. Boah. Ich fahr auch ehrlich gesagt so ein bisschen Autorennen mit dem Aufleger hier. So ein bisschen. Ja, hier oben so in Skandinavien ist schon cool, irgendwie. Ja, schöne Gegend haben sie gezaubert. Ja. Das ist wohl über, so 73 habe ich es. Alles gleich hin. Dann brauchen wir uns mal so ein bisschen ans Tempolimit halten hier. Ja, so ein bisschen. Auch nur so ein bisschen. 3,4 km drüber ist doch völlig okay. Ist die Toleranz. Jo, dann löst der Blitz auch noch nicht aus. Ist alles, Tutti. Also ein bisschen Unterschiede gibt es ja immer in den verschiedenen Tachometern. Von daher sagt man immer so 4, eigentlich sagt man so 4%, glaube ich, ne? War das nicht so? Oder 3%? Kann gut hinkommen. Irgendwie sowas in dem Dreh ist das. Also wenn man, die Blitzer in Deutschland müssen, glaube ich, oder dürfen, glaube ich, erst ab 14 kmh drüber auslösen. Zumindest bei uns hier im Landkreis Hildesheim, da lösen die Blitzer alle erst, wenn du 50 fahren darfst, bei 64 aus. Beziehungsweise 65. 64 kannst du auch noch fahren. Aber die Fahrzeuge tatsächlich solche Unterschiede haben in den Tachos. Das geht ganz heftig. Ja, gut, das stimmt. Da musst du eigentlich mal drauf achten. Wenn du im Auto fährst und du hast ein mobiles Navigationsgerät, dann steht da eine andere Geschwindigkeit drauf als bei dir auf dem Tacho. Ja, das habe ich zum Beispiel beim Auto gut gesehen gehabt bei mir und von meiner Freundin. Genau, wie du gesagt hast, schön mit dem Navi, ne? Mhm. Dachte ich mir so, alter Lachs. Bremse vor dem Kreisel. Jo. Das sind krasse Unterschiede. Und was ich auch gehört habe, der Blitzer bei den Kasseler Bergen, ne? Der soll ja erst ab 120 blitzen. Das weiß ich nicht. So oft war ich da nicht lang. Das habe ich letztens gehört. Okay. Also ausprobieren will ich es jetzt auch nicht unbedingt, ne? Ja, ich sage mal, wenn man im echten Leben irgendwas so zwischen 5 und 10 kmh über das, was da eingegeben ist, fährt, ist das noch vertretbar. Die andere Geschichte ist natürlich, da werden jetzt wieder andere Leute auch sagen, wenn du jetzt in so einer 30er-Zone bist, da fahre ich natürlich auch nie mit 40 lang. Da muss man immer so drauf achten. Bei uns an der Straße zum Beispiel ist ja auch eine 30er-Zone. Mhm. Da haben wir eine Seite, also eigentlich ist unsere Straße zweispurig. Die eine Spur existiert aber nicht, weil da Autos parken. Also hast du quasi nur eine einspurige. Genau, richtig eng. So, und da fahre ich doch als Autofahrer schon von Haus aus. Maximal 30. Genau, allerhöchstens 30, wenn ich es sogar noch langsamer, weil ich kann das ja gar nicht einschätzen, wann da oder ob da einer zwischen Autos vorgeht. Selbst recht, wenn dein Kind ist oder sowas. Das siehst du ja gar nicht. Nö, ach. Aber es gibt immer wieder Leute, die ballern bei uns solche Straße mit 50, 60. Die wissen auch teilweise gar nicht, dass hier maximal 30 ist. Das wissen die einfach nicht. Das ist aber nicht normal. Na, weil selbst die Beschilderung bei uns in der Straße, selbst die... Oh, hier ist ein Stoppschild. Ha, läuft! Oh, oh. Siehst du, erwischt. Ich meckere gerade und falle selber voll drauf rein. Das ist ja voll beschissen ausgetennelt hier. So, ist wirklich ganz fies gewesen, ey. So, wo war ich gewesen? Achso, die Beschilderung bei uns in der Straße, ja gerade beim Thema. Guck mal hier links rechts, geiler Fjord. Mhm, schon gesehen. Ist geil. Da ist halt einfach so, dass die Beschilderung, wo draufsteht, wie schnell du fahren darfst, irgendwie gar nicht ersichtlich ist. Nee. Muss ich mich mal räuspernen. Das ist bei uns wirklich ganz beschissen gemacht. Also selbst ich bin da mal mit offenem Auge durch die Gegend gefahren. Von hinten kommt einer angenagelt. Ja, kann er ja. Aber ich musste wirklich suchen, wo diese Geschwindigkeitsbegrenzung ist. Früher stand das mal groß gemalt auf der Straße. Jetzt auch nicht mehr. Nee, also manche Städte siehst du echt schlecht. Bei uns ist ganz beschissen. Die fallen überhaupt nicht auf. Und wenn du dann noch was sagst zu den Leuten, meine gut, alleine die Gegebenheit. Und wenn du da langfährst, wenn du bei uns langfährst und du siehst die Autos da stehen und sowas alles, da sagt der gesunde Menschenverstand alleine schon, hier fahre ich mal lieber langsamer. Hier fahre ich langsam. Na, und wie gesagt, machen viele nicht. Und ganz, ganz krass finde ich es, dass es teilweise bei uns sogar Lehrer der hiesigen Grundschule sind, die hier wirklich durchnageln, weil sie morgens zu spät kommen. Ach nee, komm herauf. Doch, das ist ganz heftig. Das ist wirklich ganz heftig. An der Schule zum Beispiel haben sie ja das jetzt auch durchgekriegt, die Ausrufezeichen die Schule wollte das, haben sie das jetzt durchgekriegt, dass du morgens oder zu gewisser Uhrzeit nur in bestimmte Richtungen fahren darfst. Da kannst du ja auch sonst eigentlich fahren, wie du willst. Ach ja. Aber die haben gesagt, okay, zwischen 7.30 Uhr und 8.15 Uhr darfst du zum Beispiel nur von unten nach oben fahren und nicht von links nach rechts oder sowas. Und dann gibt es da wirklich Lehrer, die fahren, trotz dessen, dass da Durchfahrtsverbot ist, fahren die trotzdem da lang. Hammer, oder? Ich bin der Lehrer, ich arbeite hier doch. Ja, sag ich, ist doch egal. Hat auch mit dem nichts zu tun. Den einen Tag war der Polizist auch da gewesen. Ab und zu steht da ja mal ein Polizist, der kontrolliert das ja mal. Da sag ich dann auch, wie kann es denn sein, dass ein Lehrer das machen darf, aber ich nicht? Da hat er mich angeguckt. Ich sage, entweder ist da ein Durchfahrtsverbot oder wir lassen es. Ich sage, das ist doch jetzt wieder Hohn und Verspottung. Selbst der Anlieger darf da durchfahren. Ich meine gut, es ist ein Anlieger, der wohnt da, ist keine Frage. Aber kann man sich dann nicht so einrichten, dass man sagt, okay, ich fahre dann erst um fünf nach acht da lang oder so, wo es keinen Schwang mehr interessiert, weil die Kinder eh alle in der Schule sind? Ja gut, wenn du zu arbeiten musst, musst du zu arbeiten, ne? Ja, aber ich sage mal, es ist eine Minute Umweg, andersrum zu fahren. Ja gut, dann fahre ich halt andersrum, ne? Es ist eine Minute nur. Das ist aber die reine Faulheit. Das ist wirklich die reine Faulheit. Wenn ich fünf Minuten eher auf... Ja, sehe ich genauso. Es gibt Lehrer, es ist ungelogen, es gibt Lehrer an der Schule, an der Grundschule meiner Tochter, die sehe ich im Auto vorjagen vor die Schule, um zwei Minuten vor acht. Um acht Uhr beginnt der Unterricht. Kommt es dann gleichzeitig an, wa? Ja, wenn ich schon wieder weggehe, ich bringe ja meine Tochter so zur Schule, dass sie um zehn vor acht in der Schule ist. Ja, ich muss ja rechts runter. Achso, okay. Dass meine Tochter so um zehn vor acht in der Schule ist, so fahre ich ja hin. Reicht ja auch. Also ich fahre sie, die Hälfte der Strecke fahre ich sie und die andere Hälfte laufen mal zu Fuß. Weil ab die andere Hälfte ist dann eben die gesperrte Strecke. Mhm. Und ab da latscht sie dann zu Fuß. Ich bringe sie die Hälfte, weil sonst sehe ich sie, wenn ich arbeiten gehe, so gut wie gar nicht. Wenn ich abends nach Hause komme von der Arbeit, dann liegt die im Bett. Na ja, klar. Und deswegen, damit ich überhaupt oder wir überhaupt was voneinander haben, bringe ich sie dann morgens zur Schule und wünsche ihr noch einen schönen Tag. Das ist so mein Leben mit meiner Tochter. Völlig genial. Das bin ich im Moment sehr begeistert von. Aber gut, sie wird älter. Die beste Zeit verpasse ich natürlich, klar. Aber so ist das nun mal. Wenn man arbeiten geht, geht man morgens um halb neun aus dem Haus und ist abends um halb neun spätestens zu Hause. In der Regel so acht Viertel nach acht. Und dann liegt sie schon im Bett und entweder pennst sie schon oder sie ist da eben noch irgendwo am Handy düdeln oder sowas. Na ja, logisch. Aber so wirklich was voneinander hast du dann auch nicht mehr. Ne, aber das ist echt krass, dass du durch die Straße einfach so durchnall weißt. Ich sag mal, du fährst ja auch nicht in eine Einbahnstraße falsch rum rein. Ja, ist Hammer, oder? Das ist ja nichts anderes, weißt du? Das ist echt Hammer. Und vor allem die Bullerei, ich sag mal bewusst die Bullerei, steht daneben. Ich fahr hier mal rechts rauf, dann kann ich tanken. Dann können wir auch die Folge hier beenden. Ja, kann man machen. Die Bullerei steht daneben, guckt sich das an und lacht. Ne. Ja, das ist wirklich so. Gut, bei Privatpersonen, wo es offensichtlich ist, dass die Eltern die Kinder da zur Schule fahren, die schickt da rum. Da sagt er wirklich, ne, ne, hier ist es vorbei, kannst du knicken. Oh Mann, das ist... Das ist wirklich so. Aber so speziell Lehrer, die da langfahren und sagen, ich bin Lehrer, ich muss da oben hoch, gerade die Frauen, die Lehrerinnen, gerade die, sind die faulsten Schweine überhaupt. Das ist echt heftig. Wohlgemerkt bei uns an der Schule. Ich will das jetzt nicht verallgemeinern. Ne, das muss ich dazu sagen. Das ist natürlich, überall woanders ist es anders. Das ist keine Frage. Das ist echt krass. So, jetzt tun wir auch noch schnell. Bei uns ist es wirklich ganz extrem. Wo ich auch ganz häufig dann nur mit dem Kopf schütteln kann. Da sage ich selbst, allein der gesunde Menschenverstand, alleine der sagt doch eigentlich schon, hier sind Kinder, hier ist eine Schule. Hier fahre ich mal, hier bestehe ich mal nicht auf meine 50, die fahren nach. Beziehungsweise, da ist generell ja eigentlich die Nummer, da darf ich ja selber nur 30 fahren. Eigentlich besteht es da nicht drauf. Eigentlich. Ja, und da ist halt der Punkt, dass das, ja, wenn man normal denkt, dann sollte das ja nicht aufpassen. Aber gut, es gibt eben Leute, die denken nicht, sobald sie im Auto sitzen, macht es Klick, dann ist das Hören aus und naja. Ja, genau, so ist es. Wie dem auch sei. Sollen sie alle machen und glücklich werden, mir ist das egal. Gut, liebe Freunde, dann lasst eine Bewertung da, wenn euch der Part gefallen hat. Daumen nach oben, würden wir uns natürlich immer wieder freuen. Ein Abo, auch kein Problem. Sage ich auch gerne Danke für, ist wie gesagt kostenfrei, kostenlos, kostet nichts. Und du verpasst keine Folge mehr von uns. Ja, wir sehen uns übermorgen wieder zur nächsten Folge vom Eurotrack Simulator mit dem Flex zusammen. Wir sagen Dankeschön und wünschen noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüssi.